Ich werde dir in diesem Video erklären, wo der OMI Token eigentlich herkommt, was dahinter steht, was für einen Nutzen er wirklich hat, das und noch sehr viel mehr Infos jetzt in diesem Video. Und fangen wir vielleicht mit der wichtigsten Frage an. Wo wurde das Ganze denn überhaupt gegründet? Ecomi oder auch Orbis Blockchain Technology wurde im Jahre 2017 in Singapur gegründet. Der Token selbst sollte eine In-App Token Utility haben in der Vivi App. Ich bin selbst auch schon seit zweieinhalb Jahren hier am Videos machen über die App selbst. Das heißt, schau auf jeden Fall sehr gerne auf meinem Kanal vorbei. Hier findest du mehrmals die Woche Update Videos zum Projekt selbst. Der Token soll also dazu dienen, in der App zum Beispiel Käufe zu tätigen oder auch Vorteile. Unter anderem zählen dazu auch noch Vergünstigungen in der Vivi App, die man mit dem OMI Token erhalten kann. Kommen wir nun aber auf die Gründer zu sprechen. Der eine Gründer, David Yu, ist schon seit Jahrzehnten ein eingefleischter Sammler und hat dementsprechend das ganze Unternehmen aufgebaut. Die Vivi App basiert nämlich darauf, Digital Collectibles zu sammeln vor großen Brands wie beispielsweise Disney, Marvel, Star Wars, Lamborghini und vielen, vielen weiteren sehr großen Brands. Zu der Vivi App selbst gibt es außerdem auch noch ein eigenständiges Video, das findest du hier unter dem i. Kommen wir zum zweiten Gründer und das ist Dan Crothers. Er ist auch schon ein langjähriger Sammler und ist auf der technischen Seite für Ecomi verantwortlich. Kommen wir nun zum eigentlichen Nutzen des OMI Tokens. Dieser ist wie eben schon angesprochen eine In-App-Utility Token eigentlich. Damit kann man nun zum Beispiel in Zukunft NFTs beispielsweise von Marvel, Disney und vielen weiteren Brands mit dem OMI Token direkt kaufen über den Marketplace sowie auch über den Store bei bestimmten Drops. Diese Funktion ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht implementiert, wird aber wahrscheinlich noch in diesem Jahr 2024 integriert werden. Kommen wir zur zweiten Utility und diese ist auch schon bereits in der Vivi App implementiert. Und hier geht es um das Staken von OMI Token in der Vivi App, um MCP-Punkte bzw. Master Collector Punkte zu bekommen. Diese Punkte können dir einen gewissen Vorteil verschaffen, wenn du zum Beispiel an deinem Job teilnehmen möchtest, wo die Collectables sehr sehr limitiert sind, dann kannst du dort diese Punkte nutzen, um eine höhere Wahrscheinlichkeit als alle anderen Nutzer zu bekommen, dieses Collectable auch wirklich erhalten zu können. Eine weitere Utility, die bis zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht implementiert ist, aber geplant ist, ist zum Beispiel die Möglichkeit durch OMI Token auch in der App Rewards zu erhalten. In welcher Form das Ganze ausfällt, das steht noch momentan in den Sternen. Mein erster Ansatz ist zum Beispiel das mit den MCP Punkten. Außerdem kann man den OMI Token schon derzeit in Games nutzen, beispielsweise Epico Regal sowie auch Fischis. Es gibt außerdem noch weitere Spiele, wo man zum Beispiel Play to Earn OMI Token verdienen kann oder auch Play to Burn, um die Circulation Supply des OMI Tokens zu verringern. Außerdem kann man mit dem OMI Token auch auf anderen Marktplätzen, zum Beispiel auf dem Immutable X Marktplatz, damit Collectables oder auch NFTs kaufen und diese dann in sein Wallet packen. Das heißt, der Token dient nicht nur zum Beispiel in der App, sondern tatsächlich auch außerhalb als nützliches Werkzeug, um sich zum Beispiel Collectables zu kaufen oder auch in der App natürlich Vorteile zu bekommen. Der Total Supply des OMI Tokens beträgt 750 Milliarden. Für den ICO wurden insgesamt 20 Prozent davon verwendet, was insgesamt 150 Milliarden entspricht. Inner Purchases betragen 40 Prozent mit 300 Milliarden, Business Development bei 20 Prozent mit 150 Milliarden und Team Advisors und auch Board Member mit weiteren 20 Prozent und 150 Milliarden Token. Der aktuelle Total Supply ist laut CoinGecko momentan bei 312 Milliarden. Dieser könnte aber in der Zukunft schrumpfen aufgrund zum Beispiel der Utility von OMI2 NFT, da hier die OMI Token nicht in den Circulation Supply zurückgelangt, sondern über weitere Wege dann in einer Burn Wallet landen. Jetzt aber die gute Frage, wo kannst du den Token eigentlich kaufen? Den Token selbst kannst du zur Zeit auf BitGet, OKX, BingX, GateIO, AscendX sowie auch Uniswap kaufen. Ich gehe aber davon aus, dass in diesem Jahr auch noch weitere Börsen den OMI Token listen werden und dadurch der Token noch mehr an Reichweite gewinnen wird. Das war's mit dem kurzen Video zum OMI Token. Ich hoffe, ich konnte dir kurz erklären, was der OMI Token eigentlich ist und wo sein Anwendungsgebiet liegt. Wenn dir das ganze Video gefallen hat, würde ich mich auf jeden Fall riesig über einen Daumen nach oben von dir hier unter diesem Video freuen. Und ansonsten bedanke ich mich auf jeden Fall fürs Zusehen und wünsche dir daraus noch einen wunderschönen Morgenmittag und bis dann, ihr Käpt'n. Ciao, ciao.